Johohohoho und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Wobei im letzten mal sind wir bei Bouncy Bonanza, keine Ahnung, stehen geblieben. Und abdem mir ich das letzte mal sowas von gefällt habe, hi, zack. Boah ist das dunkel. Wieso kann man hier so springen? Keine Ahnung, du scheiß Mistfeed. Und da bin ich schon wieder gestorben. Kaum fange ich an sterbe ich schon wieder. Mann das ist ja auch ein bisschen dunkelkirchen. Bleib weg. Und schon wieder gestorben. Das fängt ja mal wieder super an. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich zu blöd dazu bin. Z-Bzzzz... Bzzzz... 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 Oh. Bzzzzzz... Bzzzz... Naja egal, scheiß auf die Bananen. Hier und, ach guck mal, der Konki. Bam, bam. Oder auch nicht. Zzz, zzz. Oink. Boah ey, Fiecher nerven, ne? Boah ey. Nein. Ja, alles klar. Was mach ich eigentlich für Mülls? Was für ein Müll immer. Ja, ich komm nicht an den Sprecherpunkt dran. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Warte mal. Wollte schon sagen, hier ist bestimmt irgendwas. Ne, scheiß auf die Bananen. Aber, nein. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Autsch. Toll. Hm. Wo komm ich denn da oben hin? Oder war da irgendwas anderes? Das deswegen da hoch ging. Sollst du springen? Ja, dann komm ich wahrscheinlich von da oben dann da runter. Naja. Hallo? Geht doch. Tja. Boah. Ist klar und ich fall da auch nur runter. Hi. Jo, ist klar. Ich baue hier nur Scheiße. Boah. 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 Ne, mir geht das Level ja grad gar nicht. Wofür kann man hier denn so springen? Ah, guck mal. Kann man bewegen? Aha. Was war denn das denn? Sack. Äh, kann man das auch nehmen? Nein, kann man nicht. Aber man kann sterben. Man kann dadurch sterben. Shit. Das war voll der Fail. Aber ich mach mal so. Aber irgendwie muss das doch gehen, dass man die aufeinander nehmen kann. Ne, so war das nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Mir halt's Maul. Äh, irgendwie konnten die sich da aufeinander nehmen. Also, naja. Hi. Zum Sabine. Wofür kann man den denn nehmen? Vielleicht hierfür? Oder auch nicht. Na ja, egal. Autsch. Ja. Das war voll so ein Fehler eben. Da ist er ja wieder. Yay. Zzz. Zzz. Wey. Mann, Mann, Mann. Es gibt so scheiß Level. Das ist echt so. Nein. Boah. Ja, ich rolle auch noch vor rein. Ach, so. Guck mal. Zack. Geht doch. Speichern. Hier gibt's wahrscheinlich oben irgendwas. Oder auch nicht. Nur Bananen. Aha. Komm, lass mich runter. Nein. Naja. Ich hab hier gespeichert. Runter mit dir. Dun, 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 dun. Meine Bananen. Meine Bananen. Boah. Du, 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 du. Boah, ey, war das knapp jetzt. Oink. So. So. Sollte ich das aber schaffen. Zack. Hi. Komm, spring. Boah. Boah. Das wär wieder beinahe schiefgelaufen, eh. Doink, doink, oink, oink. Ja, ist klar. Ihr habt doch einen Knall. Nein. Boah, ey. Ich hätte ja mal speichern sollen. Scheiße. Mann, ey. Dun, 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 dun. Bzz. 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 Zack. Ja, ist klar. Ist aber. Zack. Hopp. Mann, ey. Hm. Tjo, das war knapp eben. Naja. Zack. Ich finde das mit diesen Kumbi-Greffringen voll bescheuert. Manchmal springt er nicht wieder so. Komm, ich kimmel jetzt auch noch. Geht auch. Speichern. Zack. Sag ich ja. Ey, mir bin ich zu blöd manchmal. Ui. Hallo. Mein Gott, ey. Boah, ey. Das war irgendwie springt ab und zu nicht. Na geht auch. Puh. Boah. Sag das doch mal jemand. Das hat zwei so nässigen Viecher kommen. Nein. Komm. Boah, das war knapp eben. Oh, das entfällt. Auch scheiße. Boing. Ah, warte mal. Boah. Hoho. Nein. Jetzt bin ich wieder hier. Nein. Ich habe mich nicht gespeichert. Fällt mir gerade mal so ein. Hm. Komm schon. Ich speichere hier vorne mal. Scheiße, Alter. Nein. Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Na, geht auch. Ist klar, aber da springt er voll runter. Jetzt. Wieso springt er da immer wieder runter? Puh. Ja, wie gesagt, es tut mir auch leid, dass ich das öfter mal machen muss, aber... Na ja. Bevor ich da die ganze Zeit dran rumhänge... Ist das ein bisschen blöd. Oder? Was sagt ihr dazu? Komm. Roll, roll, roll. Roll auf roll. Boing. Ja, ist klar. Miau. Boing. Zack. Wow. So. Alles klar. Ende. Ha, geht doch. Was? Elf Minuten hier am Level? Scheiße. Stopp und go station. Nein, ich schmierde eine. Hallo. Ach, geht gar nicht. Ach so. Das ist das. Mit gemeint. Dann kommst du an diesen scheiß Viechern vorbei. Mann, du sollst das holen. Zack. Zack. Ich sag dazu mal nix. Wieso speichere ich eigentlich auch nicht? Zack. 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 Und zack. Hier speichere ich da mal. Die rennen auch wie die bekloppten hier durch die Gegend. Safe. Ja, wieso? Ah ja, toll. Boah, war das knapp eben. Komm schon. Hä? Und schon, hier geht das los. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Na, geht doch. Nein. Geh weg. Sprecher. Ouch. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel.